Oh, und hier... Ach, wir hätten Treppen hier noch gehabt, so ein Mist. Gut, dass wir da hinten in der Wüste sind, denn überall sonst scheint es jetzt gerade zu regnen. Oh ja. Das ist auch der Grund, warum ich Wüsten- und Schneebiome eigentlich immer bevorzuge. Aber die sind ruhig. Mal gucken, ob da noch ein paar Fackeln drin sind. Ansonsten würde ich mal ein paar machen. Ich habe ja Kohle von Twilly bekommen. Sieht nicht so aus. Na, dann krafte ich mir schnell welche. Das sollte reichen. Dann können wir die Leitern holen, die wir noch drüber hatten. Da. Ja, so schlecht aussehen tut der Turm nicht jetzt vom Gerüst her. Von unten wahrscheinlich, weil er da so halb in der Luft hängt. Aber ich habe schon einige Ideen im Kopf, wie wir das nächste Mal lösen können. Ich weiß nicht, sollen wir hier nicht zur Vorsicht auch noch eine dran machen? Ist vielleicht besser. So. Fertig. Von unten. Man hat jetzt so ein kleines Plätzchen. Da kann man sich jetzt umgucken. Und jetzt muss das Ding natürlich noch hoch werden. Erstmal stelle ich jetzt hier einfach mal in der Mitte so eine Fackel rein, damit wir hier Ruhe haben. Und auf den Dingen am besten auch. So. So. und hier hat man noch einen schönen aussicht über das komplette neue gebiet jetzt schön ja das sieht wirklich toll aus wenn man jetzt hier so runter guckt jetzt gehen wir noch ein paar reihen höher dass wir zumindest auf der 100 sind ich guck mal kurz ach wir sind schon über der 100 aber wenn ich jetzt noch höher gehe mache ich die aussicht dadurch kaputt ich würde sagen dann bleiben wir auf der höhe kann man sich dann schön hier alles anschauen die leiter war hier jetzt wie immer noch das eine reihe vorsätzen der zinn damit es nicht ganz so gradlinig aussieht jetzt müsst ihr hier oben irgendwie ein skelett spawnen und mich runterschießen dann wäre ich richtig garstig also das wäre das letzte mich hier oben jetzt ein skelett hinsetzen aber ich glaube das können sie gar nicht jetzt direkt neben einem spieler spawn da gibt es ja noch diesen gewissen radios den sie einhalten müssen ich hoffe das wissen die monster auch ich hoffe es so ohne schaden runter gekommen jetzt noch vier türen einsetzen das ding ist fertig drei türen sind sogar nur also von hier sieht es nicht schlecht aus nur von unten mache ich mir halt sorgen und hier ist es schon wieder willkommen in der geräuschkulisse der unangenehmen art ja du bist hier im trockenen oh ja so jetzt gucken wir uns das ganze nochmal von unten an ob das wirklich so grässlich aussieht wie ich es mir vorstelle so und flasche leer oh je da sammelt sich ja schon der fanclub der burgbewunderer drunter was ich mir jetzt vorstellen könnte das sehe ganz gut aus wenn wir jetzt hier quasi verstreben runter machen noch cobblestone hätten wir wir bräuchten halt nur von oben etwas kies runter werfen und dann sehen wir auch schon wo wir zu bauen haben machen wir es halt von hier und was machst du gerade noch ein bisschen farben oder ne ne ich ähm in minecraft verstecke ich mich gerade in meinem haus und so lese ich gerade ein bisschen was achso wenn etwas interessantes ist halt uns auf den laufenden ja ja die telekom ist hier gerade wieder es sollen flat flat rates sollen weiterhin bestehen bleiben aber wenn gegen einen saftigen Aufkreis na toll du hattest doch kies geerntet oder? hast den irgendwo hingepackt? nein nein den habe ich nein den habe ich nirgendwo hingepackt der ist einfach nur hin runter gefallen als ich gebuddelt habe schade schade aber ne ich habe noch kies gefunden hier in den kisten passt schon das ist so lächerlich von der telekom jetzt mit den flat rates und was sollen das wollen die uns jetzt in die steinzeit zurück befördern ja ist ja so ne wir viel surfer wir paar prozent wir verbrauchen halt sehr viel intents dass die intensivnutzer sollen dafür weiterhin unbegrenzt datenvolumen bestellen können und echte flat rates erhalten die dafür laut obermann aber 10 bis 20 euro teurer sein werden herzlichen glückwunsch 10 bis 20 euro im monat mehr zahlen 30 euro im monat 35 35 das ist schon unbezahlbar damit haben sie wahrscheinlich jeden zum wechseln gezwungen die frage ist was die anderen anbieter machen wenn sie nachziehen dann sind wir gearscht dann sieht das in deutschland mau aus auch im punkto let's place also ich zum beispiel könnte mir die höheren preise nicht leisten sprich für mich wäre dann im let's play dann ende danke telekom die schneiden sich damit ins eigene fleisch ja das ist wahnsinn aber post mal bitte den link ich möchte nachher auch noch mal lesen was hast du jetzt schon wieder hochgehen lassen ach das war noch ein creeper ich habe ihn aber abgefangen so wenn es weiter nichts ist warum spawnt hier so viel ist das wirklich schön danke an wen das jetzt geschickt an aufnahme ok ja dann stimmt ich bin ja hier in der falschen raum ist ok kann ich ja gleich auf den anderen pc nach dem netz play in ruhe lesen sechs milliarden euro invest wollen sie investieren um das testnetz leistungsfähiger zu machen wozu machen sie sich leisten wozu machen sie es leistungsfähiger wenn keiner mehr die datenvolumen runterladen kann dann ja klar die brauchen natürlich ein leistungsstärker ist ja klar die brauchen natürlich ein leistungsstärker ist ja ich meine wir wir haben dann nur noch download raten von 56k modems werden darunter gedrosselt bis zum geht nicht mehr und kriegen wahrscheinlich noch eine nachzahlung die sich gewaschen hat aber die bauen das netz aus wohl bemerkt auf unsere kosten das versickert irgendwo in irgendwelchen schlucklöcher und die firmenchefs die oberen zahlen sich satte gewinne aus 10 bis 20 euro mehr für das was wir jetzt nutzen haben die schon mal darüber nachgedacht dass der strompreis auch steigt was soll das denn alles zahlen ist denen doch egal ja die werden sich umgucken wenn ein anbieter nicht wenn ein anbieter nicht mitzieht hat er gewonnen aber mal gucken ob die verbraucherzentrale ja mit ihrer klar abmahnung oder klage sogar durchkommen ja ja ich hoffe ich auch die verbraucherzentrale ist eine der wenigen organisationen in unserem land denen ich vertraue ja ich vertraue der deutschen gerichtbar gerichtsbarkeit nicht mehr ja ja aber naja vielleicht wenn ein großer wenn eine große institution das macht vielleicht hilft es dann ja ja etwas weiter ich meine das sollte das sollte ja keine gelange haben da gleichheit freiheit für alle bla 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 aber naja wir kennen das ja ja vor allem äh internet ist inzwischen ein grundbedürfnis und das derart zu beschneiden äh würde wahrscheinlich schon gegen unsere grundrechte verstoßen mhm medienfreiheit besonders für die telekom ja immer noch äh so zwar nicht mehr ganz aber immer noch ein staatlicher betrieb ist das hätten sowieso lassen sollen diese ganze privatisierung post telekom strom seitdem ist alles nur noch komplizierter und teurer geworden strom muss sich jedes jahr wechseln damit einen guten preis hast äh telefon baut die telekom nur scheiße und von der post reden wäre es gar nicht was die für eine mitarbeiterpolitik hat das geht ja ja keine kuhhaut mehr habe ich hier keine das ist sinnvoll weil es auf dem pc ja gefloppt ist naja gefloppt kann man nicht sagen es wurde ja gekauft das ist halt schlecht und die berichte darüber sind halt auch schlecht wenn sie irgendwann mal vorhaben eine diablo 4 raus zu bringen dann brauchen sie jetzt noch irgendwie ein ein